Wir sind hier heute wieder zusammen, nachdem wir einen Monat an verschiedenen Orten waren. Ich war ja noch ein bisschen länger in Thailand und jetzt sind wir hier gerade wieder in Würzburg zusammen und wir haben uns ein bisschen über Meditation unterhalten und weil wir ja im Sommer dieses Meditations-Retreat machen meintage, habt ihr vielleicht schon einen neuen Trailer entdeckt, wollten wir uns einfach nochmal ein bisschen mehr tiefer darüber unterhalten, was Meditation für uns ist, wie wir da überhaupt drauf gekommen sind und euch daran teilhaben lassen, weil es ja vielleicht auch für euch interessant ist. Genau. Wir wollten ein bisschen drüber sprechen, erstens was Meditation für uns bedeutet, was das überhaupt ist, wann wir begonnen haben, wie wir angefangen haben und wie es im Moment bei uns auf Asschild. Genau. Und wie hat es bei dir angefangen? Bei mir hat es angefangen im Prinzip mit, ich glaube, von Thich Nhat Hanh hatte ich ein Buch gelesen. Ich pflanze ein Lächeln und das finde ich echt sehr schön und da sind Meditationen drin, die sehr einfach und klar beschrieben sind, die man auch wirklich leicht in den Alltag integrieren kann, sowas wie Gehmeditation, Sitzmeditation oder Glocken der Achtsamkeit und ja, einfach dieser bewusstsame, achtsame Umgang, egal was man macht. Genau. Und das ist eben auch das, was ich immer mehr gemerkt habe und was er auch immer wieder schreibt, dass es nicht darum geht, bei Meditation sich zwei Stunden am Tag hinzusetzen, zu meditieren und danach genauso in den Alltag irgendwie reinzugehen wieder und genauso drauf zu sein wie vorher, sondern dass es eben darum geht, dass der ganze Tag zur Meditation wird, dass der ganze Alltag meditativ begann wird. Und der sagt auch immer wieder, du kannst Geschirr abspülen, genauso wie du meditierst, ja, du kannst das zur Meditation werden lassen und da in so einen entspannten Zustand reinkommen. Ja, genau. Ja, und so bin ich im Prinzip auf Meditation gestoßen, so über die Bücher eben von Teach Natan. Teach Natan. Genau. Sind auch drunter verlegt, genau. Wenn er es sucht. Also allgemein finde ich seine Bücher sehr schön. Da hat er noch ein anderes Buch, wo für einen Einstieg auch sehr gut und einfach ist. Das heißt Frieden mit jedem Matenzug. Und die sind wirklich schön einfach geschrieben. Da geht es nicht so sehr in die Theorie rein. Da hat noch andere Bücher, wo er dann auch mehr in diese buddhistische Psychologie reingeht. Genau. Ja. Und bei dir. Wie war es bei dir? Wie bist du so? Ich wollte erst noch kurz zu dem, was du gesagt hast, mit dem, dass man zwei Stunden am Tag meditiert und dann irgendwie danach einfach so weitermacht, weil ich mich, oder ich habe einfach gemerkt, weil ich bin noch so jemand, der dann irgendwie Gehmeditation macht und auch mich noch hinsetze und meditiere. Und ich habe gemerkt, danach geht es nicht einfach so weiter. Also so, dein Alltag wird nicht gleich so weitergehen, wie wenn du nicht meditieren würdest, weil ich bin dann einfach auf einem anderen Achtsamkeitslevel und bin dann automatisch sozusagen, also wird dann der Alltag immer mehr zur Achtsamkeit. Und das, was du, finde ich gerade am Anfang, wo du halt, also so hat es zumindest bei mir begonnen. Ich bin mit 19 nach Indien und war dann da in so Ashrams von Lehrern. Ashrams sind quasi wie so Schulen, das sind so spirituelle Schulen, wo man halt zum Beispiel meditieren lernen kann oder wo anders gezeigt wird, wo, was da, also wie das funktioniert. Und da habe ich das quasi kennengelernt und ausprobiert und halt ganz klassischerweise im Sitzen so. Also jetzt Meditation ist glaube ich das, wo die meisten Menschen am Anfang mit in Berührung kommen und irgendwann merkt man dann, ach so, es kann ja auch, es gibt ja auch noch Gehmeditation oder dass man mit Gegenständen meditiert oder dass man beim Abwaschen meditiert oder so. Also das kommt ja dann alles, also da entfaltet sich ja so eine ganze Welt sozusagen. Und da ist halt auch die Frage, wie man Meditation definiert, was überhaupt für eine Meditation ist. Ja, da hatten wir uns ja auch eben schon drüber unterhalten. Also bei mir ist es so, wenn ich mich jetzt sozusagen hinsetze zum Meditieren oder meinen Spaziergang mache und dabei eine Gehmeditation mache, hatte ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Ich sage es nur mal ganz kurz, also das habe ich auch durch dich kennengelernt, die Gehmeditation, wo du halt bei jedem Schritt so, ich bin angekommen, ich bin zu Hause, diesen Satz sagst und dabei lächelst. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, in die Infobox, genau. Also wir haben beide Videos zur Gehmeditation gemacht, wie wundervoll. Und da einfach dabei zu lächeln und wo wollte ich jetzt damit hin? Ach so, was Meditation für mich ist. Und einfach, da geht es für mich darum, in den Moment zu kommen und in die Achtsamkeit, weil ich mache irgendwie fünf Schritte und dann merke ich wieder, wie meine Gedanken irgendwo hin abgeglitten sind. Und dann komme ich halt wieder zurück zu dem Satz, ich bin zu Hause, ich bin angekommen und mache das bei jedem Schritt. Dann gehen meine Gedanken wieder weg und ich kriege das aber jedes Mal dann irgendwann wieder mit und komme dann wieder zu dem Satz quasi zurück. Und es geht einfach darum, in den Moment anzukommen, achtsam zu sein und die Gedanken zu beobachten dabei, was da passiert. Und einfach, nicht einfach, manchmal ganz schwierig, aber halt so nicht auf die Gedanken einzusteigen, sondern sie wirklich so aus einer Distanz irgendwie zu beobachten. Ja, ich glaube, das ist das, was mir jetzt als erstes einfällt. Wie ist es bei dir? Ja, also ähnlich. Für mich geht es bei Meditation halt einfach darum, dass du Achtsamkeit entwickelst und in den Moment kommst. Also ins Sein zu kommen. Aufhören mal zu denken, beziehungsweise die Gedanken einfach nicht mehr so wichtig zu nehmen. Einfach, die können ruhig auftauchen und ziehen sie halt wieder weg, dass ihr euren Geist so schult wie ein See, der völlig ruhig ist und einfach nur spiegelt, was drüber wegzieht. So. Und dann eine gewisse Distanz zu bekommen, beziehungsweise halt wirklich immer mehr in dieses Sein zu kommen. Weil meistens ist es ja so, man sitzt da und der Verstand projiziert auf irgendwas, was in der Vergangenheit war, auf irgendeinen Streit, den du gestern mit deiner Freundin hattest oder auf morgen, dass du morgen nicht weißt, wovon du leben sollst oder in einem Monat, weil du kein Geld hast oder all diese Dinge. Einfach dich wieder in die Situation jetzt zu holen und dadurch auch wieder zu einer Gelassenheit kommst und siehst, was gerade da ist und einfach in diesem Sein aufgehen kannst, so im Moment wieder reinkommen kannst. Weil wenn man ehrlich ist, so, wenn man gerade jetzt in diesem Augenblick, wo ihr jetzt so da sitzt, was ist, was ist da schlecht, was ist da falsch dann? Man ist einfach nur im Sein. Also, wenn jetzt gerade was schlecht ist, dann ist es wieder nur, weil ihr, wie gesagt, auch die Zukunft projiziert oder irgendwas aus der Vergangenheit, was euch gerade genervt hat. Schaut euch jetzt mal im Zimmer um oder wo ihr gerade seid oder draußen. Was ist denn schlecht, wie es gerade jetzt so ist? Und meistens ist gerade überhaupt nichts schlecht. Und darum geht es halt wieder in den Moment zu kommen, ins Sein zu kommen, ja, aus diesen Gedankenspiralen rauszukommen, dann einen gewissen Abstand zu bekommen und, ja, bewusster zu werden, bewusster zu leben und, genau, die Dinge dann dementsprechend meditativ zu vergehen. Tue mich zu viel. Da sind mir noch so zwei Sachen eingefallen zu dem, was du gesagt hast. Oder bei dem, was du gesagt hast. Also einmal, weil wir ja immer so sagen, achtsamer werden, so, was heißt das überhaupt? Und da halt achtsam heißt quasi zu bemerken, wenn deine Gedanken abhauen oder wenn du in der Zukunft oder in der Vergangenheit bist. So, das, ja. Und dann fand ich auch sehr, sehr schön, auch diese, habe ich auch aus einem Buch von Tich Nhat Han, dieses, das, was du eben schon so angesprochen hast, dass wir, weil es geht ja auch darum, sozusagen, dass wir immer glücklicher werden, so, ne, dass die Dualität sich immer mehr auflöst, also, dass wir aus der Bewertung rauskommen, was gut und was schlecht ist. Dass uns was Schlechtes in der Vergangenheit passiert ist oder dass wir uns was Schönes für die Zukunft erträumen oder so, ne. Und dass er gesagt hat, wir müssen nicht erst alle unsere Kindheit aufarbeiten oder alle unsere Zukunft irgendwie fertig geplant haben, um dann glücklich sein zu können, sondern jeder Moment hat das Potenzial, dass du jetzt glücklich sein kannst. So, ne, das, und, und ich versuche das einfach manchmal im Alltag, wenn es mir einfällt, dass ich dann innehalte und gucke. Dass ich innehalte und, das ist ja passend, und schaue, okay, warum kann ich jetzt in diesem Moment glücklich sein? Also was, was ist, jeder Moment hat das Potenzial dazu und ich kann mich da drauf besinnen. So, also ich kann mich jetzt darüber freuen, dass ich mit dir hier sitze und wir dieses schöne Video machen und die frohe Botschaft verkünden und, ja, das ist schön. Ja, in dem Grunde geht es halt nur ums Sein.